Vielleicht ein Tipp mal in Sachen deutsche Formel-1-Fahrer. Ja, der Kollege Schneider hat es leider nicht geschafft, aber Sie sagen, es gibt einen ganz großen Tipp, vielleicht ein Michael Schumacher, der könnte es mal schaffen. Ja, ganz klar, keine Frage. Also wenn es der Michael nicht schaffen sollte, in die Formel 1 zu kommen, dann würde ich wirklich am System zweifeln, denn der hat es verdient. Der würde sicher ganz, ganz gut mitfahren. Ich meine, er hat Heckin geschlagen im vorigen Jahr zweimal bei den zwei wichtigsten internationalen Formel-3-Läufen und ist jetzt bei Mercedes in der Gruppe C unterwegs, sammelt also da auch Erfahrung auf internationalen Strecken und schnellen Autos und ich bin sicher, er würde es schaffen und gut aussehen dabei.